Ich bin die Mauer von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Zugspitze wäsch. Da ist er ja wieder. So, okay. Direkt wieder rein? Ja, um zwei Packs. Okay, um zwei Packs direkt. Okay, gut. Draft, Wolter. Wolter. Okay, direkt wieder so für die harte Gemüter. Ja. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Stinkt ein bisschen nach Schweiß. Kann sein. War ja auch sehr schwitzig, das ganze gerade. Kein Deo verwendet mit Mauryum. Ich muss ja nicht. Ah, du musst ja, stimmt's korrekt. Hälse? Weiß ich nicht. Behalst du? Nee. Bleibe. Komm. Türkische Schwitzer Gang. Schnick, schnack, schnuck. Alles verloren. Alles verloren. Ich geh nach Barcelona. Oh, schöne Senderkord. Schönes Raseplatz hier, oder? Wie siehst du das so? Dumm. Komm, türkische Schwitzer. Was ist das denn? Ach nein. Ach, Digga, du hast ein paar Spielboost. Was haben wir denn für Holzhüse hier rausgesucht? Was ist das denn? Was haben wir denn für Holzhüse hier rausgesucht? Was machen wir? Hey! Hey! Ja, geht doch, Alter. Ja. Macht er gut. Den nimmt er mal schön, auch Wolli dann da rein. Wie macht er denn? Macht er gut? Kommen wir noch, oder? Mhm. Kommen wir den da rüber. Ah, okay. Kann ja mal behalten können den Torwart, ganz ehrlich. Wie macht er den so? Hm? Gucken wir uns das auch nochmal an. Das war ja stark gespielt, auch so über die Bande. Wie fandst du das, den Move? Super gemacht. Du tust meinen Mann durch. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Was ist denn da los? Wie war denn das passiert? Super. Da kommt er mit da hin. Ah, und dann macht er den 2 einfach eins kurz. Okay gemacht, ne? Ja. Ah, nein. Schießen. Kacke. Wichtig. Digga, das gibt's nicht. Oh! Oh! Geht's ja nicht. Pfff. Ach nein, ich kann das doch nicht! Ich kann das nicht. Schön, da muss man mal rüberlegen, guck mal, ein bisschen anlupfen, dass man den Schwab nehmen kann. Sehr schön gespielt, wirklich. Dumm, 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 oh nein, fuck, du bist so eine Maschine mit der Torwart, hopp, nimm den noch mit. Digga, ich bin aber auch so blöd. Man, ist das unfair, ist das unfair, Chat, ist das unfair, guck mal, dann rüber, dann rein. Ist das unfair. Ja. Ach, jetzt habe ich alles gesehen, Digga, jetzt habe ich alles gesehen, was das Spiel herzugeben hat. Schießt mir zu Hardcore in meinen Sack, hat gar nichts mit dir zu tun. Ja. 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 Ja, gut. Ein bisschen Glück gehört auch mal dazu. Digger, du hast ein paar Spielboosten, kannst nicht mal einfach gerade ausspielen. Das ist dumm. Ja. 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 Das wäre jetzt so den Gnadestoß. Den hätte ich nicht mal mitgenommen